Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Earthworm Jim. Ja, ähm, ich hab mir überlegt, dass ich, äh, das Level einfach nochmal mach. Kann ja nicht schaden, würd ich sagen. Also, hier jetzt auch mit... Nein. Gut. Hier jetzt auch mit Aufnahme. Äh, auch komm. Dankeschön. Ist ja nicht so schlimm und wir sollten es mittlerweile ja eigentlich relativ schnell hinter uns bringen können. Wir spielen ja das Ganze jetzt schon zum... Was weiß ich, wie viel denn mal... Naja, naja. So, zwei Superschuss haben wir. Als hätten wir am besten auch nicht mehr mit unserer Knarre schießen. Am besten, sag ich natürlich. Ich weiß, dass es nicht so... Oh, gut. Nicht so einfach wird. Ähm... Gehen wir da nochmal rüber. Weil da hinten ist ja eigentlich, wenn man... Da oben ist es. Ja. Tatsache. Okay, ich denke, da komm ich hin. Ich dachte mir nämlich noch... Da hinten... Och, du... Na... Kommt mal... Gegen die Kette, oder? Da unten ist aber auch noch eine... Och, Gott. Kommt man da doch vielleicht runter? Ja, wenn dann wie? Hm, pff. Gut, da unten... Da unten komm ich nicht hin. Aber da oben bestimmt... Komm. Mach das... Mach... Mach es da wieder richtig. Ich verstehe zwar immer noch nicht, wie so ganz wie das funktioniert, aber... Es hat... Nee, gerade eben wills nicht so ganz. Es hat doch mal gut gereicht. Warum denn jetzt nicht mehr? Hm-hm. Nope. Ach, das Spiel ist seltsam. Sehr seltsam. Aber lustig. Och, komm. Ja. Genau. Dann... Ja, hätte es so gereicht. Aha. Aha. Nee, bringt doch gerade alles nichts. Nee. Och, komm. Das muss doch klappen. Hä? Hä? Was ist schon gerade los hier? Verstehe ich gar nicht. Nee, bringt gerade alles nicht wirklich viel. Äh, äh, äh. Ach, wieso? Ach, komm. Dann lassen wir das vielleicht. Oder vielleicht... Ja, jetzt. Wenn wir das... Jetzt gescheit machen. Ah, geht doch wieder. Also weiß ich, was da los war, aber... Äh. ...wieso komm ich da oben nicht hin? Hm. Naja. Kann man wohl nichts machen. Wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt... ... das Vieh hier killen, bevor... ... dich auch... Wir müssen jetzt Munition sparen. Das wird schwierig. Wir müssen jetzt erst mal hier ein bisschen leben. Da oben die Ketten. Genau. Mit den... Mit den zwei auch noch. Och, geh weg. Ja, komm. Frische weg. Gut. Sehr schön. Fünf davon. Wenn ich's so jetzt noch zum Boss schaffen würde, dann... ... dann wäre wahrscheinlich alles schon gegessen, aber... ... ich glaub da irgendwie nicht so ganz dran. Das ist das Problem. Ups. Und ups. Und das funktioniert. Das ist... ... gar nicht so schwer. Ist das da noch... ... oder nach oben? Das... ... verstehe ich noch nicht so ganz. Aber vielleicht... ... verstehe ich ja allgemein auch noch nicht so ganz das... ... Spiel. Zumindest kann ich's mir vorstellen. Auch komm. Was vielleicht auch gar nicht schlecht wäre, allgemein einfach auch bloß mit... ... mehr als... ... tausend Munitionen da jetzt auch reinzugehen. Also selbst wenn ich jetzt die ganzen... ... Superschüsse verballern müsste... ... so... ... Hundi. Genau. Sehr schön. Ich bin gerade echt extrem begeistert von mir. Ja. Ja, komm, bring alles auf der linken Seite. Naja, dann geh ich halt. Okay, ich geh doch nicht da hoch. Gottes Leben brauch ich nicht. Ganz viele Fischgläse. Ups. So, sehr schön. Äh, da oben gab's noch ein bisschen. Ich weiß zwar nicht mehr was, aber... Na gut, Leben. Die hätte ich jetzt nicht so dringend gebraucht. Obwohl, ja, wenn mich der Vogel wieder anfällt... ... ich denke, ich muss den Viechern noch einfach mal ein bisschen ausweichen. Äh, och, komm, ja. Ja, hier hab ich jetzt wirklich nicht so viel. Okay, er folgt mir. Super. Dankeschön. Die muss ich so erledigen. Das hat ja keinen Sinn. Och, komm. Nein, na, och, komm. Hm, das ist doch schon wieder die gleiche Scheiße. Ganz ehrlich. Ach, Mensch. Nein. Wenn ich wüsste, wie das mit dem Propeller funktioniert. Denn ich denke nicht, dass das, äh... ... was ich da ver... ... ja, genau, was ich da veranstalte, das Richtige ist. Naja, 16 Leben. Ich glaube, ein Vogel zieht nur mit einem Angriff 25, aber... ... das soll jetzt mal so hingestellt sein. So, sehr schön. Vogel, da haben wir ihn. Da war er. Ähm, hier unten kamen die Hunde. Sehr schön. Da oben kamen zwei Vögel. Ja. Da kam noch mal ein Hund. Und schon dann. Ja, ich weiß, dass er gleich kommt, wenn ich... Hm. Wie werde ich den dann los, ohne den Superschuss zu verbrauchen? Oh. Das war eine... Och, komm. Fuck. Irgendeine Tasche, der falsch belegt. Naja. Ja, an dem komme ich ja... Oh, nein. Och, ach, komm. Ja, genau. Was bringt mir das denn, wenn ich die Munition nicht wechseln kann? Das ist doch... ... das ist doch idiotisch. Naja, dann holen wir uns wenigstens die Munition hier, denn da war ja, glaube ich, auch Super-Munition, wenn ich... ... mich richtig erinnere. Das war die... Wo kommt... Ach, komm. Ja, ist ja gut. So, mein Gott. Gibt's doch nicht. So. Sehr schön. Naja, so. Hier gab's ja nur normale Munition. Ach, Schatze. Down nehme ich, glaube ich, auch. Ach, was soll denn das dann noch, wenn's hier bloß normale Munition gibt? Ja, und ob ich jetzt, keine Ahnung, 1500 oder 1000... ... oder nur 1000 Schuss hab, das ist schon, glaube ich, auch relativ egal. Komm. Dankeschön. So, gib her. Naja. Och, komm. Wo ist jetzt... Da war er doch grad. Der wartet doch bloß wieder bis... ... dann halt so. So, hier gab's auch nichts mehr. Und da oben gab's das Extra-Leben. Na, wenigstens. So. Mehr Schuss, aber weniger Leben. Ich glaub, da brächt es mehr, wenn ich... Ich sag mal so, sterben tue ich mich jetzt natürlich nicht, aber... Ah. Pfff.